Auch schon mal in den Ferien gewesen, kennt ihr sicher, oder? So ein Krüsi-Müsi-Zeug von irgendwie, ich weiss nicht was, Kabel. Wir haben etwas Neues für euch gefunden, und zwar sind das so drei Nice-Kabel. Drei Kabel, ein Anschluss, dann gibt es zum Beispiel da von Sony, einen Adapter. Da kannst du einen reinstecken, dann haben wir hier die Möglichkeit, Mikro, USB-C. Ah, hier haben wir eins mit dem Lightning-Anschluss. Und wenn ihr dann noch weiter gehen wollt, zweites Kabel anhängen. Nochmal, könnt ihr zum Beispiel auch eine 360-Grad-Kamera, was man noch alles will, USB-C. Oder zum Beispiel sogar noch ein Handy, das aufnimmt, kann man auch noch rein tun. Also wirklich coole Sachen, vor allem für die Ferien. Wir stellen euch mal vor, ihr habt ein Netzteil, zwei Kabel und könnt irgendwie bis zu sechs Devices laden. Das ist doch mega cool. Das ist doch mega cool. Also machen wir so. Das ist doch mega cool. Das ist super. Das war es mega cool. Das ist doch mega cool. asıg. Vielen Dank.